Profitieren Nicht-Rentner auch von der Rentenerhöhung 2024? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat ja am 22. April 2024 der Rentenerhöhung, dem Vorschlag von Hubertus Heil, die ja dann zum 01.07.2024 kommen soll, zugestimmt. 4,57% mehr Rente soll es zum 01.07.2024 geben. Wir haben davon, denke schon, sehr ausführlich berichtet, einige Beiträge geschrieben, auch geschrieben, wer hier von der Rentenerhöhung erstmal grundsätzlich profitiert, nämlich die sogenannten Bestandsrentner. Ich habe Ihnen mal hier eine schöne Übersicht fertig gemacht, wer hier alles de facto von der Rentenerhöhung 2024 profitiert. Also gehen wir mal in die Fakten rein. Wir haben zum 01.07.2024 4,57% mehr Rente. Das heißt, wir haben dann einen neuen Rentenwert 39,32 Euro. Aktuell liegt ja der Rentenwert noch bei 37,60 Euro. Das heißt also, der aktuelle Rentenwert ist jetzt immer noch 37,60 Euro. Die Rentenerhöhung wird zum 01.07.2024 in Kraft treten. Der Regierungsbeschluss der Rentenwertverordnung liegt ja jetzt auf dem Tisch, sodass das Ganze in den Gesetzgebungsvorgang gehen kann. So, gucken wir uns das mal an. Bestandsrentner bekommen eine Brutto-Rentenerhöhung um 4,57%. Bitte nicht Netto-Rentenerhöhung. Der Netto-Rentenerhöhungsbetrag ist ein anderer als der Brutto-Rentenerhöhungsbetrag, denn von der Brutto-Rente, die sich ja um 4,57% erhöht, werden ja für die meisten von den Bestandsrentnern noch Kranken- und Pflegebeiträge abgezogen, sodass hier ein anderer Prozentbetrag dann steht bei dem Netto-Auszahlungsbetrag. Bestandsrentner sind solche Leute, die schon zum 30.06.2024 eine Rente beziehen. So, dann haben wir die sogenannten Zugangsrentner. Das sind alles keine Rechtsbegriffe, aber wir hangeln uns da so durch. Das meint Neurentner, die ab dem 1. Juli 2024 erstmals eine Rente bekommen. Bei denen wird die Rente, die persönlichen Entgeltpunkte, mit dem Rentenwert 39,32 Euro gleich sofort neu berechnet. Wie, als wenn sie schon Rentner gewesen wären. Ab dem 1. Juli, wenn da die Rente beginnt erstmals, kriegen sie die Rente berechnet mit 39,32 Euro. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir noch die sogenannten Nicht-Rentner. Das sind also die Leute, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Rentenversicherungspflichtige, Selbstständige oder solche Leute, die freiwillig in die Rentenkasse einzahlen, aber das entsprechende Lebensalter für einen vorgezogenen Rentenbeginn oder für die Regelaltersrente oder für einen abschlagsfreien Beginn noch nicht erreicht haben. Das heißt also, bei denen dauert das noch ewig und drei Tage, ehe die eine Rente bekommen. Und genau um die geht es nämlich hier. Und bei denen steigt die Rentenanwartschaft, die sie ja bis zum 30.06.2024, je nach individuellem Verlauf, je nach Höhe der individuellen Entgeltpunkte, am 30.06. ja auch hatten, steigt die zum 1.07. quasi über Nacht an. Ich zeige Ihnen das jetzt gleich mal an einem Beispiel. Also, was sind die Nicht-Rentner, Arbeitnehmer, Selbstständige, die erst später eine gesetzliche Rente bekommen können? Natürlich auf Antrag. Die haben schon Rentenanwartschaften für eine zukünftige Rente erwirtschaftet. Habe ich gerade gesagt, je nach Couleur, je nach Höhe, je nach Wartezeit. Und entscheidend für Sie ist, Sie gucken bitte in Ihre Rentenauskunft rein. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen. Also im Beispiel sehen Sie es dann, Stand 31.12.2023. Die Rentenauskunft, bitte nicht die Renteninformation, die Rentenauskunft gibt den Stand der Entgeltpunkte und die Höhe der zukünftigen Regelaltersrente mit dem Stand der letzten Speicherung im Versicherungsverlauf dieser Rentenauskunft wieder. Ja, also schauen wir uns das mal an dem Beispiel an. Wir haben hier einen Arbeitnehmer, der ist 60 Jahre alt. Da wissen Sie das jetzt auch schon, da Sie ja meinen Kanal doch schon lange Zeit verfolgen. Und für die Leute, die neu sind, also unser Neuzuschauer, ja, also nicht Neurentner, sondern Neuzuschauer, jemand, der 60 Jahre alt ist, der kann in Deutschland aktuell keine Altersrente bekommen. Also Arbeitnehmer, 60 Jahre alt, der war fleißig, hat 40 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt und der hat eine Rentenauskunft sich eingeholt. Dort war der Stand der letzten Speicherung 31.12.2023 und der hat also schon richtig viele persönliche Entgeltpunkte, nämlich 55,9451. Habe ich einfach mal so wahllos als Beispiel genommen. Ja, und der Rentenwert ist ja der aktuelle 37,60 und seine Regelaltersrente hat mit Stand 31.12.2023 dann mit dem Rentenwert 37,60 von 2.103,54 Euro. Das heißt also, würde er jetzt ab 01.01.2024 nicht mehr arbeiten gehen und gäbe es keine Rentenerhöhung, dann würde er irgendwann mal mit dem 67. Lebensjahr 2.103,54 Euro an Regelaltersrente bekommen. Ach, dann natürlich nicht, der geht weiter arbeiten, logisch. So, was passiert aber jetzt über Nacht vom 30.06. zum 01.07. Schauen wir uns das mal an. Also, unser Rentner, 60 Jahre alt, unser Arbeitnehmer, 60 Jahre alt, 40 Jahre gearbeitet, hat mit Rentenauskunft Stand 31.12.2023 55,9451 persönliche Entgeltpunkte. Die Rentenanwartschaft der Regelaltersrente mit dem neuen Rentenwert 39,32 Euro führt dazu, dass er über Nacht jetzt eine Rentenanwartschaft von 2.199,76 Euro hat. Das heißt also, seine Regelaltersrente ist über Nacht aufgrund der Rentenerhöhung, also diese Anwartschaft auf die Regelaltersrente, auf 2.199,76 Euro gestiegen. So, was macht das im Delta aus, im Unterschied, ja? Wir haben einmal hier die Rentenanwartschaft mit dem alten Rentenwert von 2.103,54 Euro, Rentenanwartschaft, Regelaltersrente bis 30.06.2024, und dann die Rentenanwartschaft ab dem 01.07.2024, dann in Höhe ausgerechnet 2.199,76 Euro, ergibt eine Differenz von 96,22 Euro, 96 Euro und 22 Cent. Das heißt also, seine Rentenanwartschaft auf die Regelaltersrente ist mit Stand 31.12.2023 aufgrund des neuen Rentenwertes 39,32 Euro am 01.07.2024 um 96,22 Euro gestiegen. Ja, finde ich, ist schon mal eine richtige Hausnummer, fast 100 Euro mehr Rente für unseren Arbeitnehmer, der ja jetzt noch gar nicht in Rente geht. Das heißt also, meine Damen und Herren, im Ergebnis, auch die Nichtrentner profitieren von der Rentenerhöhung. Denn ihre Entgeltpunkte mit Stand 31.12.2023 oder meinetwegen mit Stand 30.06.2024 werden dann mit einem neuen Rentenwert multipliziert und erhöhen ihre Rentenanwartschaften auf eine Regelaltersrente oder auch auf eine andere Rente. Meinetwegen auf eine Erwerbsminderungsrente. Kann ja auch sein, dass sie krank werden und eine EM-Rente beantragen müssen. Dann hätten sie im Vergleich zum Beginn einer Rente vor dem 01.07.2024 bei gleichen Entgeltpunkten eine andere Rente, als wenn die Rente ab 01.07.2024 beginnen würde, weil dann wäre sie nämlich höher. Selbstverständlich würden sie dann als Bestandsrentner auch einen neuen Rentenbescheid bekommen und dann mit dem neuen Rentenwert selbstverständlich auch die höhere EM-Rente bekommen. Aber mir ging es jetzt hier nur um das Beispiel, um Ihnen klarzumachen, dass sie sozusagen als Nichtrentner auch von dieser Rentenwerterhöhung zum 01.07.2024 profitieren. Meine Damen und Herren, was aber ganz wichtig ist. Diese Aussagen, die ich hier getroffen habe, stellen keinerlei Hinweis dar, wie sich Ihre individuellen Rentenanwartschaften in Bezug auf Ihre individuelle Lebenssituation darstellen. Das heißt also, Sie müssen immer bedenken, in der Rentenauskunft, die Sie bekommen, ist in der Regel immer nur die Regelaltersrente ausgewiesen. Wenn Sie natürlich mit den unter gleichen Bedingungen zum Beispiel mit 63 in Rente gehen würden wollen und wären 1964 geboren, dann würden Sie von den 55 Entgeltpunkten, die ich hier ausgewiesen habe, nochmal einen Schlag, 14,4 Prozent Abschlag bekommen. Dann haben Sie natürlich eine völlig andere Rentenhöhe, als wenn Sie vergleichbar in die Regelaltersrente gehen würden. Also da bitte aufpassen. Hier sollten Sie immer, wenn Sie individuelle Ansprüche berechnen wollen, auch von Ihren individuellen Werten ausgehen und dann eben auch Rentenmodelle berechnen, die entweder mit Abschlag sind oder ohne Abschlag sind. Entweder eine vorgezogene Altersrente für besonders langjährig versichert, ohne Abschlag, mit dem 65. Lebensjahr oder 64. Lebensjahr und acht Kalendermonate und das auch nochmal vergleichen zu einer Regelaltersrente, weil Sie ja bei einer Regelaltersrente meistens noch zwei Jahre länger einzahlen. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Nicht-Rentner profitieren selbstverständlich auch von der Rentenerhöhung 2024. Voraussetzung ist, Sie haben natürlich schon brauchbare Entgeltpunkte angesammelt in Ihrem Rentenkonto. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und in freudiger Erwartung, dass die Rentenerhöhung bald kommt und der Bundesrat zustimmt. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.